hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu was die liest es geht weiter mit harry potter und der stein der weisen und ich freue mich dass du da draußen wieder eingeschaltet hast um die geschichte von ron hermine und harry weiter mitzuverfolgen im letzten part waren wir glaube ich soweit dass sie in der bibliothek nach verschiedenen büchern gesucht haben um etwas über nicolas flamel rauszubekommen und es geht weiter hermine zog eine liste von fachgebieten und buchtiteln hervor in denen sie suchen wollte während ron die regale entlang schlenderte und nach lust und laune mal hier und mal da ein buch hervorzog harry ging hinüber in die abteilung für verbotene bücher schon seit einiger zeit fragte er sich ob flamel nicht vielleicht hier zu finden wäre leider brauchte man die schriftliche erlaubnis eines lehrers um eines der bücher in dieser abteilung einsehen zu dürfen und die würde er nie kriegen die bücher hier behandelten die mächtige schwarze magie die in hogwarts niemals gelehrt wurde und sie durften nur von den älteren schülern die durfte nur von den älteren schülern gelesen werden die verteidigung gegen die dunklen künste studierten suchst du etwas bestimmtes mein junge nein sagte harry die bibliothekarin madame prince buchtelte mit einem staubwedel nach ihm dann fühlst du dich besser wieder hier husch fort mit dir harry bereute dass er sich nicht schnell eine geschichte hatte einfallen lassen und verließ die bibliothek er hatte mit ron der mine nämlich schon vereinbart dass sie lieber nicht madame prince fragen wollten wo sie flamel finden könnten sie würde ihnen gewiss sagen können doch sie konnten es nicht riskieren dass snape wind davon bekam wonach sie suchten harry wartete draußen vor der tür um zu hören ob die anderen beiden etwas herausgefunden hatten doch viel hoffnung machte er sich nicht immerhin suchten sie schon seit zwei wochen doch da sie zwischen den unterrichtsstunden nur regel gelegentlich einmal zeit hatten war es kein wunder dass sie noch nichts gefunden hatten was sie wirklich brauchten war viel zeit zum suchen ohne dass ihnen madame pinz ständig über die schultern sah fünf minuten später kamen termine heraus und schüttelten die köpfe sie ging zum abendessen ihr sucht doch ihr sucht doch weiter während ich weg bin oder sagte hermine und schickt mir eine eule wenn ihr irgendwas herausfindet und du könntest deine eltern fragen ob sie wissen wer flamel ist sagte ron da kann nichts passieren überhaupt nicht denn sie sind bei der zahnärzte sagte hermine als die ferien einmal begonnen hatten ging es ron und herry einfach zu gut über lange um lange über flamel nachzudenken sie hatten den ganzen schlafsaal für sich auch im aufenthaltsraum war viel mehr platz als sonst und sie konnten die guten sessel am kamin belegen da saßen sie stundenlang und verspeichten verspeisten alles was sie aus was sie auf eine röstgabe spießen konnten brot pfandkuchen marshmallows und schmiedeten pläne wie sie es anstellen könnten dass malfoy von der schule flog das auszuhecken machte spaß auch wenn es nicht klappen würde ron brachte herry auch zauberschach bei das ging genauso wie muggelschach außer dass die figuren lebten und so war es fast das gleiche wie truppen in eine schlacht zu führen wie alle anderen das ron besaß hatte er ein hatte es einst jemand aus seiner familie gehört in diesem fall seinem großvater allerdings waren die alten schachmenschen überhaupt kein nachteil ron kannte sie so gut dass er sie immer mühelos dazu bringen konnte genau das zu tun was er wollte er spielte mit schachmenschen die ihm schelmes finnigen geliehen hatte und die trauten ihn überhaupt nicht er war noch kein guter spieler und sie riefen ihm ständig ratschläge zu allerdings widersprüchliche was ihn heftig verwirrte schickt mich ja nicht dorthin siehst du den nicht seinen springer schick doch den da auf den könnten wir verzichten heilig abend ging herry voller vorfreude auf das essen und den spaß am weihnachtstag zu bett geschenke erwartete er überhaupt keine als er früh am nächsten morgen erwachte sei er als erstes ein stapel päckchen am fußende seines bettes fröhliche weihnachten sagte ron schläfrig als harry aus dem bett stieg und seinen morgenmantel anzog dir auch sagte harry schau dir das mal an ich habe geschenke bekommen was hast du erwartet ronkelrühm sagte ron und machte sich an seine an seinen eigenen stapel der um einiges größer war als der harrys harry nahm das oberste päckchen in die hand es war mit dicken braunem papier umwickelt und quer darüber war für harry von harry gekrakelt drinnen war ein grob geschnitten eine grob geschnitzte hölzerne flöte offenbar hatte harry sie selber zugeschnitten harry blies hinein sie klang ein wenig wie eine eule ein zweites winziges paket enthielt einen zettel wir haben deine nachricht erhalten und fügen deine weihnachtsgeschenk bei von onkel vernon und tante betunia mit klebeband war ein 50 pen stück auf den zettel geklebt das ist nett sagte harry ron war von den 50 pens fasziniert komisch sagte er diese form ist das geld du kannst es behalten sagte harry und lachte als er sah wie ron sich freute hagrid und tante und onkel und von wem ist das hier ich glaube ich weiß von wem das ist sagte ron deutete auf ein recht klumpiges paket und lief ein wenig große an von meiner mom ich habe ihr gesagt dass du keine geschenke erwartest und oh nein stöhnte er sie hat dir einen weasley pulli gestrickt harry hatte das paket aufgerissen und einen dicken handgestrickten pullover in smaragd grün gefunden und eine große schachtel selbstgebackener plätzchen sie strickt uns jedes jahr einen pulli sagte ron während er seinen eigenen auspackte und meiner ist immer kastanienbraun das ist wirklich nett von ihr sagte harry und probierte von den plätzchen die köstlich schmeckten auch sein nächstes päckchen enthielt süßigkeiten es war eine große schachtel schokofresche von hermine ein päckchen war jetzt noch übrig harry hob es auf und betastete es es war sehr leicht er wickelte es aus etwas fließendes und silbergraues glitt auf dem boden wo es in schimmernden falten dalak und machte große augen ich habe davon gehört sagte er mit kämpfter stimme und ließ die schachtel mit boden jeder geschmacksrichtung fallen die er von hermine bekommen hatte wenn es das ist was ich glaube sie sind wirklich selten und wirklich wertvoll was ist es harry hob das silbern leuchtende stück stoff vom boden auf es fühlte sich seltsam an wie wasser das in seite eingewebt war es ist ein umhang der unsichtbar macht sagte ron mit ehrfürchtigem gesicht ganz bestimmt probier ihn mal an harry warf sich den umhang über die schultern und ron stieß einen schrei aus es stimmt schau harry sah hinunter auf seine füße doch die waren verschwunden er stürzte hinüber zum spiegel gewiss sein spiegelbild sah ihn an freilich nur sein kopf der körper war völlig unsichtbar er zog den umhang über den kopf und sein spiegelbild verschwand vollends da liegt ein zettel sagte ron plötzlich ein zettel ist rausgefallen herry streifel den umhang ab und hob den zettel auf in enger verschlungener handschrift wie er noch nie die er noch nie gesehen hatte standen da die folgenden worte dein vater hat mir dies vor seinem tode zur aufbewahrung überreicht nun ist die zeit gekommen ihn dir zu geben gebrauche ihn klug fröhliche weihnachten wünsche ich dir unterschrieben hatte niemand harry starrte auf den zettel ron bewunderte den umhang ich wollte ich würde alles geben für einen davon sagte er alles was ist los mit dir nichts sagte harry ihm war seltsam zumute wer hatte ihn dem umhang geschickt hatte er wirklich einst seinem vater gehört bevor er noch etwas denken und sagen konnte flog die tür zum schlafsaal auf und fred und george weasley stürmten herein harry steckte den umhang schnell weg er hatte keine lust ihn überall herum zu reichen frohe weihnachten hey sieh mal harry hat auch einen weasley pulli fred und george trugen blaue pullover der eine mit einem großen gelben f drauf gestrickt der andere mit einem g der von harry ist aber besser als unserer sagte fred und hielt harrys pullover hoch sieht so aus als ob sie sie sich mehr anstrengt wenn du nicht zur familie gehörst warum trägst du deinen pulli nicht ron fragte george kommt sie ihn an sie sind herrlich warm ich mag kastanienbrauen nicht meinte ron halbherzig und zog sich den pulli über du hast keinen buchstaben auf deinen stellt george fest sie denkt wohl du vergisst deinen namen nicht aber wir sind nicht dumm wir wissen dass wir crack und forge heißen was macht ihr da eigentlich für ein lärm percy weasley steckte mit missbilligendem blick den kopf durch die tür offensichtlich war er schon halb mit dem geschenkauspacken fertig denn auch er trug einen zusammen geknäulten pullover auf dem arm dem ihm fred entriss v für vertrauensschüler zieh ihn an percy los komm schon sogar harry hat einen gekriegt ich will nicht sagte percy halb erstickt während die zwillinge ihm den pullover über den kopf zwängten und dabei seine brille verbogen und du hockst heute und was und du hockst dich heute nicht zu den vertrauensschülern sagt george weihnachten verbringt man mit der familie sie hatten percys arme nicht durch die ärmel des pullovers gesteckt und so gefesselt nahmen sie nun auf die schultern und marschiert mit ihm hinaus und wie diese wunderbare geschichte weitergeht erfahren wir im nächsten part ich hoffe ihr schaltet dann wieder ein habt euren spaß und ich sage bis zum nächsten mal zu basti liest harry potter und der stein der weisen macht's gut ihr lieben abonniere